Mehr als 20 Unfälle, allein in den ersten vier Wochen. 19 Menschen verletzt, vier davon schwer. Und das nur in Berlin. Es ist die traurige Bilanz des ersten Monats mit E-Scootern. So endet auch die E-Roller-Fahrt eines Touristen im Krankenhaus. Ein Unfall unter Alkoholeinfluss, eine schwere Kopfverletzung. Und E-Roller-Fahrer, die anscheinend unbeeindruckt an der Unfallstelle am Checkpoint Charlie vorbeifahren. Seit dem 15. Juni dürfen Elektro-Tretroller im Straßenverkehr genutzt werden. Seitdem kommt es immer wieder zu Unfällen mit den gehypten Scootern. Die Hauptunfallursache, Unachtsamkeit bei der Benutzung. Verstöße wie das Fahren zu zweit oder auf dem Gehweg muss die Polizei fast täglich regeln. Die Polizei versucht natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten Kontrollen vorzunehmen. Beispielsweise Alkoholkontrollen, aber auch andere. Weil kaum Verstöße es gibt, die nicht begangen werden. Das heißt, es fahren Menschen zu zweit auf diesem Ding. Kinder werden damit transportiert, die Gehwege werden benutzt und häufig leider auch unter Alkohol gefahren. Die deutsche Polizeigewerkschaft fordert deshalb eine Begrenzung der Zahl von Leih-Elektro-Tretrollern. Denn die deutschen Großstädte werden regelrecht von den Scootern überflutet. Man findet sie überall. Im Weg stehend, achtlos hingeworfen oder auf der Straße. Der Hype ist groß, doch die Probleme und Gefahren wurden anscheinend unterschätzt. Verkehrsminister Andreas Scheuer war im April dieses Jahres von dem neuartigen Fortbewegungsmittel überzeugt. Der Umweltaspekt stand bei der Zulassung im Vordergrund. Und doch musste er zugeben... Und da wird es keine perfekte Lösung geben. Wurden die E-Roller vielleicht doch zu voreilig in Deutschland zugelassen? Benutzen dürfen die Flitzer alle ab 14 Jahren. Es wird kein Führerschein benötigt. Eine Helmpflicht besteht bisher auch nicht. Und das, obwohl die E-Scooter mit 20 Kilometern pro Stunde nicht besonders langsam unterwegs sind. In England starb kürzlich die bekannte YouTuberin Emily Hartwich. Die 35-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs und wurde von einem Lastwagen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Trotz fast täglicher Schockmeldungen wie dieser, wird die Gefahr, die von den E-Rollern ausgehen kann, unterschätzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das sehr gefährlich ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man Angst haben muss. Ich möchte auch keinen Kähn mit mir rumschleppen. Ich finde es einfach unhygienisch, von anderen Leuten den Helm aufzuziehen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach so. Ich weiß nicht, es ist glaube ich eine lustige Idee, damit einfach durch die Stadt zu fahren. Vor allem wenn die ja gerade so schnell sind, dann kann man halt überall schnell hinfahren. Auch der 25-Jährige Arjan hat die Gefahr unterschätzt. Seine erste Fahrt auf einem E-Scooter endet mit einem Knochenbruch. Da muss wohl irgendwie ein Steinchen oder so gelegen haben. Ich habe dadurch die Kontrolle über den Lenker verloren und bin gestürzt. Und bin dadurch quasi ganz blöd auf meinem Schlüsselbein gelandet. Das ist jetzt durch. Die Polizei rät deshalb beim Benutzen der Elektro-Tretroller folgende Dinge zu beachten. Erst mit dem E-Scooter vertraut machen. Zwar kein Muss, aber Helm tragen. Ab 0,3 Promille kann bei einem Unfall der Führerschein weg sein. Keine Smartphones während der Fahrt. Niemals zu zweit auf einem Roller. Eine offizielle Statistik zu den genauen Unfallzahlen mit E-Scootern gibt es derzeit noch nicht. Doch ein erstes Resümee zeigt, das neue Fortbewegungsmittel löst anscheinend nicht nur Probleme, sondern schafft bei falscher Nutzung neue Probleme im Straßenverkehr.